Und wieder darf ich dich auf das aller herzlichste begrüßen zu meinem nächsten Talk. Wir sind bereits angekommen bei T29. Tja, Himmel, wie die Zeit vergeht, nicht wahr? Es ist wirklich unglaublich, wir sind bereits beim Thema Naturfasten, also zehn Tage lang seinem Körper das Geschenk zu machen, nichts zu essen angekommen. Ja, und das ist eines der wesentlichen Punkte, wenn man sich vorstellt, es gibt Worte, nehmen wir zum Beispiel gleich das erste von Dr. Heinz Farner, der gesagt hat, Fasten ist der stärkste Appell an die Selbstheilungskräfte des Menschen. Ich glaube, davon kann man, wenn man sich das wirklich so richtig zu Gemüte führt, ableiten, wie wichtig das ist, dass wir unserem Körper eben diese Zeiten des Nichts-Essens schenken. Mein Credo in diesem Zusammenhang heißt, jeden Tag, wo du deinem Körper das Geschenk machst, nichts zu essen, schenkst du dir größtmögliche Gesundheit. Das klingt jetzt so irgendwie ein bisschen abgefahren und vielleicht von der ein oder andere will sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich alles so richtig super toll kommt, aber so ist es. Geh es mal einen Schritt weiter und ich möchte dich gerne mit Worten von Mahatma Gandhi abholen. Er sagte, Fastenzeiten sind Teil meines Wesens. Ich kann auf sie ebenso wenig verzichten wie auf meine Augen. So wie ich meine Augen brauche, um die äußere Welt zu erkennen, brauche ich das Fasten für meine Innere. Ich glaube, das sagt wirklich sehr, sehr viel. Ja, dieser Block, in dem du gerade gelandet bist, das ist die Königsdisziplin. Die Königsdisziplin. Naturfasten. Sei gegrüßt, du edle Zuhörerin, du erlauchter Zuhörer. Ich möchte heute mit dir über ein Wissen sprechen, das wirklich gewaltig ist. Denn ich möchte, dass du das aus meiner Stimme herausnehmen kannst, wie sich Fasten eigentlich anfühlt, wie großartig, wie grandios es ist. Das möchte ich dir gerne näher bringen. Da gibt es den lieben Daniel. Das ist der Sohn von der Jutta. Sehr schlank, wirklich sehr schlank, sehr groß. Ein wunderschöner Mann, wird bald 40 Jahre, ist in seinem Leben äußerst erfolgreich. Nicht nur, weil er jetzt einen super tollen Job hat und Diplomingenieur ist, sondern einfach, weil er auch als Familienvater, als Ehemann, wirklich mir selbst auch in vielen Themen ein großes Vorbild ist. Er hat gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, auch nur wenige Stunden ohne Essen zu sein. Ist eh klar, wenn man so schlank ist, wäre dann kann man sich das wirklich nicht vorstellen. Und dann hat er es ausprobiert. Ja, wir durften ihn in die Ritterschaft der Naturfastenden übernehmen. Er hat es geschafft. Und er dachte selbst nicht, dass er es schafft. Aber ganz ehrlich, mit Naturfasten. Also da schafft man es wirklich. Wenn man die Talks hört, wenn man die Kräftigungen unserer gerade ersten Einstellungen sich zu Gemüte geführt hat, wo sie um das Thema gegangen ist, sich zu stärken aus dem Unterbewusstsein heraus, dann schafft man es auch. Meine Tochter, also ich habe zwei Töchter, die eine heißt Jasmin, die fastet seit ihrem 13. Lebensjahr. Wenn du sie siehst, eine schlanke, wirklich eine schöne junge Frau. Sie ist wirklich also derartig graziös unterwegs und die wird bald dressig. Da würdest du dir eine wahre Freude haben, wenn du sie sehen würdest. Was ist das Besondere an ihr? Nun, sie hat von Anfang an gelernt zu fasten. Und ihr Weg war immer auch mit dem Fasten eng verbunden. Dass sie heute eine angehende, eine wirklich eine wunderbare Psychotherapeutin ist. Sigmund Freud, Universität studiert. Da kann man nur sagen, ja, als Vater ist man natürlich stolz. Aber mehr auf ihre Form des Fastens als die, das sie halt einfach vielleicht ist und wirklich ein Studium absolviert. Für mich ist wichtig, dass sie sich auch durch das Fasten enorm stark verändert hat. Denn Jasmin war als Kind vollkommen anders, wie sie heute als wunderbare Erwachsene ist. Als wir schon über dieses Thema gesprochen hatten, also ich mit meiner Tochter mit dem Fasten, da sagte sie, ein Leben ohne Fasten, Papa, das ist für mich wie ein Leben ohne Liebe. Ja, das hat mich wirklich richtig tief innen berührt. Du hast es gut. Zehn Tage Heilfasten und das Ganze auch noch online. Und das supertolle, wir bringen dir das Fasten einfach nach Hause. Ja, so einfach ist das. Auch du kannst zu Hause zum Beispiel diesen Stoffwechsel-Reset-Knopf drücken. Auch du bist in Lage, dich nicht nur schlank zu machen, sondern deine Schlankheit auch zu bewahren. Denn nur beim Fasten ist der Erfolg auch wirklich echt langanhaltend und wirklich ein langfristiges Konzept. Das hat uns schon einmal jemand erklärt, den ich dir schon ein paar Mal noch vorgestellt habe, weil er aus meiner Sicht ein genialer Arzt ist, Dr. Jason Funk. Was war denn das Besondere an ihm? Er hat zum ersten Mal den Setpoint erklärt. Aber er hat ihn nicht erklärt. Er hat ihn in Studien ganz klar und deutlich vorgestellt. Und ich möchte dich nicht langweilen, weil ich das schon ein paar Mal erzählt habe, aber vielleicht bist du jetzt gerade das erste Mal da. Was ist der Setpoint? Es ist der Sollwert. Und wie kann ich das verstehen? Ich habe ein Thermostat. Und dieses Thermostat, mit Zentralheizung verbunden, hat irgendjemand verstellt auf 50 Grad Raumtemperatur. So, jetzt wird es natürlich dann schon richtig heiß. Und was mache ich? Naja, ich mache eine Diät. Ich stelle nicht das Thermostat zurück. Ich mache eine Diät. Was bedeutet das? Ich mache die Türen auf, die Fenster auf und warte, dass die kalte Luft von draußen hereinkommt. Nach einer gewissen Zeit habe ich eine schöne Raumtemperatur von 22 Grad. Also ich bin schon richtig schön schlank. Und ich schließe natürlich teilweise wieder die Türen und die Fenster. Was hat das Thermostat denn für eine Aufgabe? Es muss die Raumtemperatur, weil es ja dort eingestellt ist, so 50 Grad natürlich wieder zurückbringen. Das ist das Thema, das ganz, ganz, ganz viele Menschen im Leben begleitet. Sie wollen eigentlich abnehmen. Sie können nicht, weil sie noch nicht verstanden haben, wie bediene ich dieses wichtigste aller Instrumente in meinem Körper? Und das ist ja schlussendlich der Thermostat. Der Thermostat, und das können wir dem Dr. Jason Funk verdanken, das hängt ganz klar und deutlich zusammen mit dem Insulin. Sobald du mit einer richtig guten Maßnahme, wie das Naturfasten, für 10 Tage deinen Insulinspiegel so dramatisch absenkst, dass der wirklich ganz niederschwellig ist, hast du eine perfekte Chance auf dauerhafte Schlankheit. Das ist der Grund, warum wir sagen, wir drücken den Stoffwechsel-Reset-Knopf. Dann ist es nicht nur ein theoretisches, sondern das ist praktisch. Das ist das, was du tun wirst. Der Abnahmeerfolg, den du damit hast, dann hast du jetzt nicht bloß jetzt für diese paar Tage. Nein, wenn du es jetzt auch noch richtig machst mit deinen 14 Tagen Aufbaukost, und dann darf ich dich herzlich einladen, dass du das richtig machst, dann wirst du was weiteres sehen. Das lässt sich ganz locker über ein halbes Jahr lang prolongieren. Das ist das Tolle. Du hast diese Chance mit Hilfe dieses 10-tägigen Video-Coaching. Das trägt dich über die ganze Zeit hindurch. Da ist es nicht so, dass du sagst, das ist jetzt wirklich richtig schwierig. Nein, Herrschaften, das ist nicht schwierig. Die Themen von Gesundheit und Ernährung, die begleiten dich mit unserem Konzept. Es ist erprobt. Es ist wirklich i-Tüpfel-mäßig detailliertes ausgearbeitet. Es ist ein Konzept, das seit vielen, vielen Jahrzehnten Bestand hat. Das ist keine Eintagsfliege oder vorgestern war es noch nicht da und heute versuchen wir das Ding jetzt dann irgendwie zu verkaufen. Nein, das ist kein Verkauf. Das ist die Chance, dass du deine Schlankheit auf Dauer erreichen kannst. Der nächste Punkt, den wir ja als Gesamtprogramm sehen, das ist die Einladung. Wie soll ein solcher Tag denn eigentlich ablaufen? Dieser Tagesablauf, der sollte von dir gestaltet werden und da hast du 30 Jahre Fastenexpertise in diesem Online-Coaching verpackt. Dann zum Anfang bekommst du ein wichtiges Paket. Das sind nun mal die Grundprodukte. Die drei Fastentrinks. Da hast du natürlich auch dann die zwei ABS-Prasenpulver drin. Ganz wichtig auch für den Körper. Die Fastensuppe und natürlich auch die tägliche Fastenanleitung. Dann kommen natürlich auch Rezeptvorschläge, Einkaufsliste, Kochvideos zum Beispiel. Rezepte kommen extra noch für dich auch in Videoform zu dir. Wir haben Kochvideos gemacht, wir haben Bewegungsvideos und wir haben natürlich auch ganz wichtig die Sportvideos. Und was für mich das Allerwichtigste ist, du bekommst einen exklusiven Zugang zu der privaten Facebook-Gruppe. Auch wenn du das vielleicht jetzt noch nicht so als wichtig betrachtest. Aber ich habe ein Gespräch geführt mit dem lieben Franz und das ist auch ein Fastengast und das ist auch jemand, der sich für das Fasten sehr, sehr intensiv interessiert und hat gesagt, das ganz ganz Wesentliche, warum ich an so vielen Tagen durchgehalten habe, war, weil es diese private Facebook-Gruppe gegeben hat, in der ich drinnen war und wo ich ganz vieles erfahren habe von auch den anderen, die vielleicht manchmal schon Jahrzehnte vorher zu Fasten begonnen haben. Den nächsten wichtigen Punkt, den siehst du darin, dass es dann dieses 14-tägige Aufbauprogramm gibt. Und ich bitte dich, ja, schau dir das nicht an im Sinne von, naja, vielleicht oder vielleicht nicht, ja. Das ist, Herrschaften, ein untrennbares, ein zusammengehörendes, ja. Das kannst du nicht einfach zerreißen. Wenn du das zerreißt, zerreißt du den gesamten Erfolg. Und das möchtest du ganz sicherlich nicht. Daher lade ich dich ganz dringend ein. Denke bitte daran, ja, diese 14-Tage-Aufbau-Kost, die sind enorm wichtig. Was höre ich denn oft von den Gästen, die das machen. Tage der Freiheit. Zeit endlich einmal nur für mich. Und alle, die es gemacht haben, erzählen mir, ich habe das einmal gemacht und ich möchte es immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder erleben. Ja, ganz ehrlich, hattest du in deinem Leben jemals Zeit, dich kennen zu lernen? Hast du da wirklich dir diese Auszeit schon einmal nehmen können? Nimm dir eine Auszeit. Sie ist wie ein Spiegel in deine Seele. Wie ein Spiegel in deinen Geist. Blick in dich hinein. Und was wirst du erkennen? Du wirst Mut bekommen. Du wirst Veränderungen erleben. Du wirst Selbsterkenntnis bekommen. Alles das, was ganz sicherlich jeder Mensch sich wünscht. Stell dir mal vor, jetzt schon, ja, da gibt es in diesem vollmundigen 7x7 Tee ein wunderschöner Porzellanbecher. Du trinkst diesen köstlichen Tee. Vielleicht hast du dir den mit dem Schlankzucker, mit dem Süßen statt büßen. Ganz leicht gezuckert. Vielleicht ist auch ein Hauch von Zitrone drin. Und dann nimmst du einen Löffel von diesem sahnigen, köstlichem Schokotrink. Langsam schmilzt das in deinem Mund. Und so funktioniert ein Fastentag beim Naturfasten. Es sind Tage der Auszeit. Verstehst du? Hektik und all das, das kannst du voll vergessen. Denn was ist das Wesentliche eigentlich beim Fasten? Besonders beim Naturfasten. Fasten nimmt nicht. Fasten gibt. Das kann man abwandeln. Verzicht nimmt nicht. Verzicht gibt dir so vieles. Als ich damals 14 Jahre jung war, da war das, genau dieses Naturfasten, mein persönlicher Durchbruch zu meinem persönlichen Erfolg. Was haben denn so meine Freunde früher zu mir gesagt? Moppelchen. Also wenn man das als Deutscher sagen würde, als Wiener Blader dickwanzt. Ja, das war so die liebevollen Worte meiner Umgebung. War das angenehm? Ganz sicherlich nicht. Und vielleicht kannst du dir das auch nicht vorstellen. Aber was war der Tag meiner Wiedergeburt? Als ich angefangen habe, das erste Mal im Leben, zehn Tage lang zu fasten. Ich bin wie Phönix aus der Asche gestiegen. Es ist unglaublich. Und heute noch, wenn ich mich an diesen Tag zurückerinnere, es ist ein Tag der Neugeburt und der Freude. Was ich kann hier erschöpfen, das erreicht jeder Mensch. Jeder Mensch. Erinnere dich an die Worte aus dem Siradatta. Jeder Mensch kann zaubern. Du auch. Du bist ein Teil unserer Naturfasten-Community. Und was dich das Fasten wirklich lehrt, das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit deinem Körper gegenüber, ganz sicher. Aber auch Achtsamkeit deinem Geist gegenüber. Achtsamkeit deiner Seele gegenüber. Ach, wenn du nicht daran glaubst. So etwas gibt es. Und es ist. Ein wichtiges, dass du deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele diesen Dreiklang, die volle Aufmerksamkeit und Achtsamkeit schenkst. Nehmen wir an, du isst täglich. Tägliches Essen ist ein Kampf gegen Nachmittag. Nahrungsgifte. Ich weiß, dass das die wenigsten so sehen. Ja, da ist tolle Schweinsbraten und da sind die Pizza. Aber tägliches Essen ist für deinen Körper ein Kampf gegen Nahrungsgifte. An manchen Tagen obsiegt er gewaltig, an manchen Tagen nicht. Und das zahllose Heer an Menschen, die krank sind, weil sie falsch essen, die sind unübersehbar. Längst kann man seinen Blick nicht mehr davon wenden. Fasten ist der Friede des Körpers. Tja, das hat der heilige Petrus gesagt. Der hat erkannt, dass der Körper zu gewissen Zeiten Friede braucht. Der Kampf deines Körpers gegen die Genusssucht. Genauso könnte man es sagen. Wenn du einkaufen gehst, was liegt denn nicht alles herum? Es gibt so viele Sachen, die so schlimm sind für deinen Körper. Aber sie schmecken. Ja, sie schmecken. Aber sie sind für deinen Körper ein Kampf. Und wenn du die Genusssucht nicht besiegst, dann besiegt die Krankheit irgendwann dich. Was heißt es also, aus der Rolle des Opfers auszusteigen? Und ich weiß, dass alle meine Gäste, die genau das tun, nämlich aus der Opferrolle auszusteigen, die werden heil. Nicht umsonst, hat Dr. Otto Buchinger dazu gesagt, heil fasten. Weil er genau gewusst hat, alle Menschen, die aus der Opferrolle aussteigen, sind Sieger und gesund. Als ich so in diesem Thema drinnen lag, wo ich auch mich mehr oder weniger als Opfer gefühlt hatte, wenn die anderen wieder mal Blader oder Dickwands zu mir gesagt hatten oder Moppelchen. Später habe ich erkannt, es liegt nicht an den anderen. Es liegt nur an mir. Nur an mir. Ich kann bestimmen, wie mein Leben aussieht. Und dieses Phönix aus der Asche steigen, habe ich nicht einfach nur so erzählt. Genauso hat sich das angefühlt. Ich erinnere mich damals vor diesem riesengroßen Spiegelstand. Und ich habe richtig gesehen, wie sich diesen Fettschutzpanzer aufgeknöpft hatte. Und dann habe ich den Panzer abgelegt. Und ich war glücklich. Weißt du, ich sage dir jetzt etwas ganz Wichtiges. Fasten bedeutet, auf sein Recht zu verzichten, leidend durchs Leben zu gehen. Krankheiten mit Naturfasten heilen. In diesem Talk, ich meine, das wirst du verstehen. Ich kann dir nicht alle Krankheiten aufzeigen. Wenn du auf unsere Startseite gehst, www.heilfasten.at, da kannst du sie nachlesen. Da gibt es einen Button und auf diesen Button drauf drückst. Da geht es dann runter. Und da siehst du dann die vielen Krankheiten, wo man weiß gesichert war, dass Heilung besteht. Mittlerweile gibt es Billionen von Studien. Es hat wahrlich und wirklich die Billionengrenze an Heilungen überschritten. Okay, das ist jetzt wirklich nicht alles mit Studien abgesichert. Aber da gibt es so viele Fallberichte. Da gibt es persönliche Berichte. Und natürlich gibt es mittlerweile auch richtig viele von diesen Studien. Der Anfang der Menschheit, der war deswegen mit dem Heilfasten und der Gesundheit verknüpft. Weil es die einzige Möglichkeit ist. Denken wir daran, wie hat der Anfang der Menschheit, wenn es um die Themen der Gesundheit gegangen sind, wie hat das geklappt? Mit nichts essen. Die Hindus verzichten seit mehr als 6000 Jahren. Seit 6000 Jahren. Manchmal auf Mahlzeiten, aber manchmal auf ganze Blöcke von Mahlzeiten. Manche 30, 40 Tagen. Im alten Ägypten kannte man die Arznei des Fastens bereits. Und jetzt erzähle ich dir etwas von einem ganz lieben Gast. Das ist eine ganz liebe Freundin von mir. Justina. Ich kann ihren vollen Namen nicht sagen, weil viele würden sie sonst erkennen. Justina war wirklich richtig schwer krank. Der Arzt hat ihr eine Brustkrebsdiagnose gestellt und er hat auch zu ihr gesagt, sie sind noch so jung, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihnen hundertprozentig sagen kann, dass sie wieder gesund werden. Und das war so frappant in dieser Situation. Er sagte, schauen Sie mal her, liebe Frau Justina, das ist wirklich interessant. Es ist wie bei einem Baum die Jahresringe. Ich kann ihnen genau sagen, in welchem Jahr sie gefastet haben. Und an manchen Jahren haben sie sogar zweimal gefastet. Das war jedes Mal dann, wenn sie durch das Fasten den Tumor zum Stillstand gebracht haben. Und später, wie sie wieder angefangen haben zu essen, ist er dann wieder weiter gewachsen. Und er sagte zu ihr, hätten sie das Fasten nicht kennengelernt, dann kann ich ihnen versprechen, da hätten sie niemals auch nur den Funken als Chance gehabt, wieder gesund zu werden. Und den Funken, den haben sie. Ich meine, sie ist ja eine Kämpfer Natur und sie hat natürlich ganz vieles getan. Und ich meine, das liegt natürlich jetzt nicht nur am Fasten, aber es war ein großer Teil, eine große Begleitung. Und das war so schön, immer wieder, wenn sie mir Fotos geschickt hat, da waren auch welche da, wo man sie gesehen hat, wirklich komplett ohne Haare. Ja, so durch die Chemotherapie, da sind die Haare wirklich ausgegangen. Aber sie war immer bereit, voller Kraft, voller Elan, immer wieder, jedes Jahr wieder aufs Neue zum Fasten zu kommen. Und sie gilt heute als gesund. Sie ist aus der Opferrolle ihres Lebens ausgestiegen und hat sich zu dem gemacht, der sie ist. Ein Mensch, der kämpft und auch wirklich seine Ziele erreichen kann. Und warte nicht, weißt du, auch die längste Reise nach China beginnt mit dem allerersten Schritt. Wenn du ihn nicht gehst, es wird niemand anderen für dich gehen. Da ist es so wichtig, du verstehst, auch der längste Weg nach China beginnt mit dem ersten Schritt. Und sobald du den gemacht hast, da hast du nun auch schon gewonnen. Was darf ich dir also zum Abschluss sagen? Es liegt an dir. Es liegt an dir. Es liegt wirklich nur an dir. Viele Millionen von Menschen sind den Weg schon vor dir genauso gegangen. Und jetzt bist du dran. Ich freue mich, wenn ich von dir entweder einen Daumen hoch bekomme, wenn du uns vielleicht mit deinen Freunden teilst. Und ich glaube, gerade dieses Video ist enorm wichtig. Am allermeisten freut es mich, wenn du mir einen Kommentar schreibst, vielleicht eventuell ein E-Mail schickst und mir sagst, lieber Roman, Dankeschön, dass du mir das gesagt hast, weil ich bin's auch wie Phönix aus der Asche gestiegen. Viel Erfolg!